Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa. Wir sind in den letzten Zügen bei Borderlands. Wie dreht er sich jetzt um? Was soll er, Deck? Von hinten kannst du sowieso nichts ausrichten. Ja, er hat sich umgedreht. Hallo, nicht in den... Ey, Mann. Bumm. Bumm. Hau ihm in den Schnee über den Kopf. Darf ich jetzt abhauen hier? Das ist nochmal die erste Phase, ne? Ja, ich weiß. War nicht meine Absicht. Merkig. Ey. Soll das ein Kleder genommen. Jetzt hast du mich wiederbeleben. Ich trabe mir vorbeigelaufen. Ja, ich muss erst mal sehen, dass ich nicht mehr Britzel hier. Und ich Britzel gerade wieder. Ja. Und... So, Maske habe ich weg. Er hat einen unheimlichen Blick in den Augen. Coole Texte, eigentlich. Ne, was, deine Rakete ist einfach nicht vorbeigegangen, ne? Äh, ich habe den falschen Raketenwerfer-Equil. Scheiße. Kann ich nicht wechseln. Nein, ich bewege mich. Ich bewege die Hunde. Ey, geh weg. Ich Britzel, ich Britzel. Ich bin durch den Laser geflogen. Aaaaah. Was hat er? Er sagt nichts. Boah, was sagt er? Boah, was sagt er? Boah, woai, 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 woai. Ja, gut, das... Tja. Boah, wieso gehst du hier jetzt wieder drauf? Bleib stehen. Äh, nicht Kill Town. Danke. Äh, ich will da weg. lasst mich dadurch ich bin ich so langsam macht er denn hier und warum dreht er sich sowieso auch damit ich bin nicht immer auf dem weg hinten ich bin immer in seine rücken ich willst du dein gesicht du blöder sack bleibt stehen achtung wort kugel warum fliege ich hier so willkommen in meiner welt jetzt bist du dran wo alte säge ich mach dich platt nur damit du das weißt ja ich nehme die kleinen gegner immer zum anpupsen damit sie nicht mehr so voller hält habe ich habe ich schon vorher liegt aber egal aber das war die erste phase erst fürchte das oberkotzen das oberkotzen da ist er wieder voller hält es voller schild es war ja so einfach jetzt blitzelt er das macht die sache nicht besser das stimmt wohl ich bin da so geiler ich bin da so geiler quatsch auf 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 jetzt haben wir vorhin schon gehabt oder auf nein Ja, da schießt man so ein bisschen auf seine Fresse drauf oben. Hallo, zeig mir dein Gesicht. Zeig mir dein... Ich heule mal ab. Nein, ich heule nicht ab. Der ist so. Das ist auch niemand, den ich umhau. Und er lässt mich nicht hüpfen. Den kriege ich nicht. Juhu, 14 XP. Ich bringe es so ein Gegner. Alter Schwede. Das ist dein Gegründel. Und das Blitzen geht ja los. Mal wieder den Rücken zugedreht. Danke. Was macht er denn da? Das hat er vorher nicht gemacht, oder? Wenn er so aufdreht? Nee, das macht er jetzt schwieriger, damit du sein Gesicht nicht mehr so einfach treffen kannst. Ich glaube, gar nichts. Au. Der wirft mich hoch und der ist dann weg. Der ist ja wilder. Äh. Der ist eine Wand im Weg. Äh. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wir sind noch. Wir sind noch. So, und am Ende des Videos zählen wir denn mal deine Tode und meine Tode. Alter Schwede. Ja. Ja. Das haben wir ja... So, gleich ist dein Schild weg. Immerhin. Oh, super. Immerhin. Wie viele Monizu habe ich denn? Ja, du musst ab und an mal welche aufnehmen, die hier rumliegen. Ich mache das ja ständig. Gut. Mal rum. Da liegen da... Da laufen aber noch Gegner rum bei dir. Das sehe ich. Ich bin da noch wieder hoch. Ey, hallo. Kannst auch sagen, wenn du wieder lebst. Ich lebe, ich lebe jetzt. Ich stehe hinter dir und will dich wieder mitnehmen und verbrenne dabei, während du wegläust. Toll. Danke. Danke. Bitte. Oh, keine Tode mehr. Bist du weg? Ich bin tot. Ich bist so älter. Ja, ich auch. Was? Und ich hätte gern irgendwo einen Gegner da. Nein, er hat ihn mir weggenommen. Du hast ihn mir weggenommen. Kill... Wiederbild... Du hast mir meinen Kill genommen. Head ist... Oh, ich bin wieder da. Geil. Da hast du doch deine Drohnen, oder? Nee, die waren gerade nicht da. Die sind weg. Leider. Ich konnte sie auch gerade nicht starten. Ich weiß nicht, ob die anderen Gruppen überhaupt kein Problem haben mit dem Endloch. Total. Alle ganz rein. Die machen das alles ganz eben. Also hier, komm, da. Kein Problem, ne? Also so sieht das aus, wenn man jetzt nicht auf den geskillt ist und nicht die richtigen Waffen hat und überhaupt. Einmal mal. Und so viel jammert, wie viel. Du jammert. Beste Geschichte zu zeigen. Und im... Aha. Das ist so geil, ey. Aber Geld gibt es hier bei ihm. Wo bin ich? Warum? Wie viel? Auch, wir haben keine Munition mehr. Was habe ich jetzt hier in der Waffe? Das ist keine Waffe. Ohne, dass ich irgendwas mache, bin ich auch immer in seiner Gesichtshöne. Ja, er ruft dich so hoch und würzelt sich dann, lasert dich dann weg. Ja, das schafft er aber jedes Mal nicht. Ah, nicht geschafft. Na, jetzt fliege ich durch und durch. Auch nicht schlecht. Ich stehe in seinem Kopf. Wo ist er? Nicht falsch. Hallo. Hey, hab ihn. Kackfresse geschossen. Und jetzt ist er weg. Vorsicht doch mal, oder? Oh, jetzt gehe ich drauf. Nein. Hilf mir. Bitte. Obi-Wan Kenobi, du bist für eine einzige Hoffnung. Ja, das ist jetzt der Sauruji wieder da, ne? Guck mal. Hallo, du hast mir nicht geholfen. Ja, ich habe dich wieder belebt. Der schießt mich nur weg in dem Moment. Hallo, ich mache alles, was ich machen kann. Dann halte ich mir vom Leib, dann geht's. Anders komme ich auch nicht gleich. Oh, Säure. Oh, tot. Ey, lass mich da durch. Wo ist dein Kopf? Ey, ich will da nicht hin. Ich stehe hinter dir. Ich bin jetzt in die Reine gesungen worden und bin wieder tot. Oh, das Säure. Das Säure, ja. Ich merke das auch gerade. Ich will da weg. Ey, hüpf doch mal. Warum hüpfst er nicht? Wo ist das Gesicht, das ich killen muss? Das ist da. Toll. Danke. Oh, diese Blitzeldinger. Widow. Widow, machst du Spaß? Total. Na komm, lauf darum. Ey, nicht doch. Er dreht sich. Bleib stehen. Okay, die bringt nichts. Ja, laden. Ist klar. Hüpf hoch, Mensch. Juhu, wir haben ein Spaß. Juhu, es macht so Spaß. Eine feine Munition, ey, yippie. Ups, ich bin ganz oben. Ja, we. Down turf. Ne, down turf? Hattet. Na ja, in der Zeit kann man zumindest regenerieren. Ne, da steht ja nicht in die Fress. Echt? Ne, wenn ich nach oben springe, da so ganz und über ihn fliege. Das tut mir weh, das tut mir weh, das tut mir weh, das tut mir weh, ja, oh ja, das tut mir weh. Und das tut mir weh, dass ich auch draufgehe. Und brauche mir einen Gegner. Der schickt mit dem rum, was macht der da? Du stehst in Säure? Ja, ich kann's ändern. Ne, das war nix. Ich hab dich, ich bin gleich tot. Und sag mir Bescheid, wenn du wiederbelebt bist. Ja, toll, danke. Hast du super gemacht. Mach ich. Danke. Nein, hast du nicht. Ey, das werden wir nicht schaffen hier, ne? Kann das sein? Also, ich werde dich auf jeden Fall nicht wiederbeleben, lerne ich daraus. Weil jedes Mal herrenst du weg und ich sterbe. Ja, weil... Weil du mir nicht Bescheid sagst, ich lebe wieder. Aber wenn ich wegrenne, siehst du das nicht, oder was? Nein. Ach so. Eigentlich sollte der Punkt unter deinem Pfadenkreuz halt auch anders aussehen, wenn ich weglaufe. Da gucke ich dich nicht mal an, wenn ich dich wiederbelebe. Du guckst mich doch nicht mal an. Bin ich so hässlich, oder was? Ja. Du bist nicht nett zu mir. Du musst doch nicht nett sein. Wir müssen den Gegner ja platt kriegen. Zu dem musst du nicht nett sein. Genau, sag ich doch. Zu dem musst du nicht nett sein. Also, zu mir kannst du ruhig nett sein. Hab ihn gleich. Du hast gar nix. Ich hab doch keine Hells mehr, du hast recht. Jetzt. Helm ist weg? Ja. Helm ist weg. Jetzt ist ja nur noch die Hells da. Das kann man ganz normal drauf rum snubbeln. Meine Freeze-Waffe geht einigermaßen. Ja, ich hab auch meine Freeze-Waffe eingepackt. Die ist irgendwie unter Level, aber die wacht nur noch Schaden. Nur ein bisschen Schaden. Aber ein bisschen Schaden ist. Besser als gar nicht Schaden. Eben. Und die Hände vom Gesicht weg, wenn du nicht sterben willst. Äh, eigentlich. Nein. Er saugt mich wieder ab. Die Tuch und Tod. Oh, das ist so nervig. Kann das sein, dass du keine nicht genügend Hells hast für so einen Bosskampf? Du bist ja sofort immer tot. Ja, ja, ich bin sofort tot, ja. Äh, ich hab auch keine Gegner in die Augen rum nicht herum. Wir sind genug da. Ja, wo? Oben, über dir. Guck da einfach mal. Du bist tot? Äh. Das hab ich mir ja lange nicht mehr gehabt. Was? Dass du tot warst? Deswegen mag ich Raids nicht. Weil du drauf gehst, meinst du? Das ist nicht mein Ding, ey. Ey, er britzelt mir die Rübe hier weg. Die ganze Zeit. Falsch mal anladen. Oh, je, Kaffee, hab ich mich eingepackt, ey. Hallo, laden. Nimm die Hände vom Gesicht weg. Kann ich nicht mal rein, oder was? Geh rein! Ich komm da an ohne Hells. Das ist so geil. Ich komm da an ohne Hells. Ich hab' ihn aber gleich. Wenn er mich nur sich killen lassen würde, er lässt mich noch nicht. Das kostet sich wieder aus, ja? Steht er resist? Bitte was? Der steht wo? Steht er resistent? Ja, da steht resistent. Du bist weg. Manchmal macht wahrscheinlich gar nichts. Gut, dann kannst du mir nochmal helfen, ja. Ich bin selber tot. Ich hab' keine Mun in meiner Bazooka. Ich hasse euch. Geh drauf. Wo bist du? Jetzt hast du mir den Kill weggenommen. Nein, du hast mir den Kill weggenommen, weil genau der ist gestorben und ich bin nicht wiederbelebt worden. Was sagt dir das? Was sagt dir das? Ich kann dir auch nicht helfen. Alter. Das ist mir irgendwie auch schon mal passiert, glaube ich. Nein. Dir passiert sowas nicht. Nein. Ah, wieso geht er drauf? Ich hab' auch keinen Kill. Ich geh' jetzt auch weg. Und tschüss. Fucker! Du lebst doch. Was willst du denn? Ja. Ich hab' zum Glück immer so'n Last Revive irgendwie. Wieso hast du mir da nicht geholfen? Weil ich auf der anderen Seite der Map war, auf dem Weg zu dir. Ja, das ist cool. Das ist geil. Ich hasse das Spiel. Jetzt hasse ich es. Was? Das ist mein Lieblingsspiel gewesen. Ich hab' ihn. Aber dieser, ja immer. Ich steh' immer außerhalb, wenn der Druck drauf geht. Weißt du das? Oh. Aber du hast einen Achievement dafür gekriegt, also beschwere dich nicht. Das ist so scheiße. Und? Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Hier deine Waffen. Alles meins. Meins, 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 meins. Alter, es ruckelt ein wenig, oder? Ja. Ja, komm doch nicht mit der Hänger, glaub ich. Da ist was Goldenes. Hast du gleich einen gesackt, ne? Jo. Ich mach' ihn platt und du sagst es ein. Das war ein Schild, glaub ich, wenn ich mich recht insinne. Ist klar, ich mach' hier die Arbeit und du steckst dir den Lohn ein. Ich hab' auch gar nichts gemacht heute, stimmt. Nein. Nichts. Genau. Gar nichts. Der Gegner ist auch nur von dir kaputt gemacht worden. Ja. So sieht das aus. Da sind wir uns jetzt schon mal einig. Das ist schon mal gut. Dafür gibt's einen Mondstein ohne Ende. Das brützt jetzt ja eigentlich ganze Zeit, sag mal. Aber den Mondstein kriegst du doch auch. Ja? Ja, also. Medikit. Das könnt ihr euch in die Wehnen rammen, Baby. Weiß brauche ich nicht. Mondstein. Ein Scaff. So. Das war der Raid-Boss. Kein Mondstein mehr, oder was? Hier ist noch einer. Auch die Reste sind lecker. Mensch. Das hast auch noch so mit hier. Ja, reicht doch. Reicht doch? Das war der Raid-Boss. Also im Prinzip derselbe Boss wie sonst auch. Wie spannend. Da kommen bestimmt mit DLCs noch weitere Bosse dazu. In diesem Sinne, ja, soviel dazu. Das war der Raid-Boss von Borderlands. Das ist ein Pre-Sequel, ein ziemlich deprimierter Smirc, weil er nur da drauf gegangen ist. Ja, gar nicht. Ich schätze einfach, du hast so wenig Hells insgesamt. Du musst einfach ein bisschen anders gehen. Die ist echt schwach auf der Brust, die alte. Aber auch der faszene Brust. In diesem Sinne. Abos hier, Likes da. Tschüss. Tschüss.